Komm! War vielleicht nicht die beste Idee, aber was soll's? Egal, vielleicht war es doch die beste Idee. Turn it burn, turn it burn! Egal, vielleicht war es die beste Idee! Ja krass, die können sich ja diese ganzen Zusatzstoffe so... Die sind ja auch nicht grad kleines Zeug, weißt? Die können sich das ja einfach an der Apotheke kaufen und die Apotheken verkaufen, weil sie Geld damit machen. Wahrscheinlich haben wir die gleiche Dings gesehen im Moksel. Die gleiche Doku. Alter, halt zum Maul. Die dachten auch, wir scheißen rein. Auch noch mit dir, Alter. Hier. Oh, Digga, du verlierst Auto-Attack gegen mich. Du Lapp. Guck mal, der Kronos Fliss noch Auto-Attacks. Ich treffe nichts. Und du Twiss hat nichts. Was ich nicht treffen. Ja, ich hab gerade jetzt Blässe genommen. Die sollen ruhig ihren Scheiß... Ich hab noch keine Hals getroffen, Digga. Oh, Mann, ey. Ich hab noch 10. Ja, ja. Ich hab noch 10. Schill mal ein bisschen. Lass dich nicht wieder vom Tier kriegen. Jawoll. Digga, drauf! Schade, dass ich nicht Level 2 bin. Ist doch nicht egal. Ich hab schon noch einen Auto... Ah, scheiße. Egal, egal, egal. Egal, der kriegt gleich einen. Lass ihn in Level 2. Lass ihn in Level 2. Lass ihn weglassen. Lass ihn in Level 2. Lass ihn weglassen. Ok, ich auch. Guck mal, der fiss Damage. Ja, ja. Oh, leck mich am Arsch, Digga. Oh mein Gott. Du bist tot. Oh! Nice. Ich muss kurz weg. Ziemlich low. Okay. Ja, das könnte eine spannende Lane werden, Digga. Ja, ja. Aber das Gute ist, du kannst Tier sein Fiel ist einfach stoppen. Ja, eben. Oder sein Dings mit deiner 2. Oh shit, hau ab, Digga. Der fiss ein bisschen damage von mir, das ist gut. Auf meine Richtung. Ja, komm, komm. Hat er das Willkommen? Nein. Nein. Digga wird aber hier und warte. Egal, soll er kommen, ich werfe ihn dann in deinen Kreisel. Digga, was denkt er sich? Alter. Der dachte sich kurz, ich bin Kronos, weißt du? Ja, ja. Oh, hinter dir. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Scheiß Tier. Oh, leck mich im Arsch. Du kannst dann auch zu dir in den Oracles fahren. Schau mal, ich kann dir einen Pöppel machen. Ja. Ja. Ja, ich kann auch. Ich komme wahrscheinlich zu mir. Was soll die doch? Ich bin nämlich. Ah, du hast nicht angefangen, ne? Nein, nein, nein. Egal, easy. Ich hätte wahrscheinlich... Ah, ich hätte falsch gebaut, Mann. Was hast du genommen? Ich hätte DIVO-Klaus anfangen müssen. Ach so. Ach so. Jetzt haben wir auf jeden Fall Todes-Clear, Alter. Ja, sowieso. Golden Bow. Uh, ich mach kurz Backcamp, Digga. Dann ult dich rein. Okay. Kommt, der denkt, der ist okay. Ja. Ah, jetzt habe ich mich gebaut. Der hat seine Skills benutzt. Okay. Chill ein bisschen. Rein oder nicht? Ja, ich gebe schon. Nicht, was treibt, Digga. Der hat keine Beats mehr? Egal. Jetzt hat er keine Beats mehr. Jetzt hat er keine Beats mehr. Wo ist denn die Tür eigentlich? Keine Ahnung, Digga. Also, ich lasse dich alleine. Ganz braun. Ja. Arachne kommt wahrscheinlich zu dir. Ja. Hier ist eine Tür. Ah, hau ab, Digga. Er kommt auch zu dir. Ich will gar nicht kämpfen. Auch zu mir. Einfach noch zu mir. Was ist mit der los? Die ist tot, wenn sie runterfällt. Ah, warte, ne. Der Tower hat mich nochmal getroffen. Ah, schade. Schade. Ich spiel. Ich spiel einmal im Yannok. Ich spiel einmal im Yannok. Ja. Ja. Cool. Hier ist alles gekleert. Kommt, difen wir, oder? Ach du Scheiße. Der arme, Alter. Der Tier ist zu Level 4. Oh, lass die auch auch nicht weg. Warte, warte, warte. Warum bist du nicht rausgegangen? Ich konnte nicht, weil der Tür sich geschnappt hat. Nein, Hitspott. Boah, schade. Der Tier hat sich geschnappt. Ja, der Tier hat sich geschnappt. Ich geh beim Rechtsklick raus. Ja, ja. Ich dachte, man muss nochmal auf den Skid klicken. Nein, nein. Oh, hier ist die Sprache. An ally hat's been slain. Oh, imma miss that jump. Follow me. Oh, danke, danke, danke. Du bist richtig scheiße. Du bist richtig scheiße. Du bist richtig scheiße. Wieso beats der, Alter? So. Ich hab. Sicher? Ja, ja, ich bin low. Außer du gehst rein, ich hab Ulti. Du bist richtig scheiße. Wie wär's? als wenn du sagst, dass du... ...wilfen willst. Was ist das für eine Ausrede, Digga? Du hast gerade viermal deine Kopfhunde so nicht getroffen. Gelbuxel, wann gibt's das endlich? Digga, lass mich in Ruhe, du Huren, so von dir halt. Oh, sorry, Sol, Digga. Die sind echt low, glaub ich. Ja, ja. Okay. Du kannst RIP nehmen. Ihr habt schon. Ohohohohoho. Ohohohohoho. Ich komm von hinten. Ich komm von hinten. Ohohohohoho. Nice. Easy, Digga. Hallo, bist du denn? Sind wir noch hinten? Ah. Nee, das ist bei dir. Egal, ob die kommen. Egal. Jetzt hast du ja nicht deine Antwort, Digga. Kommst du nie von hinten? Okay. Nee. Ja, ich bin auf, Digga. Ja, ich bin auf dem Weg. Kann ich Börbel nehmen. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, ich bin auf dem Weg. Speed, attack, speed, attack, speed, speed. Was ist das? Dann haben wir eigentlich alles. Das war's. Hey I'm going to kill you No I'm going to kill you Yeah man My There's Every I I Oh, wer ist denn da? Alter, die Kombi ist einfach zu ekelhaft. Es ist richtig ekelhaft. Goldfury? Ja, warte. Ich brauche noch ein paar Steckchen, dann gibt man eigentlich Luft. Okay. Lauf in meine Richtung. Okay. Der läuft von mir weg. Ich kann nicht mal in deine Richtung laufen. Okay. Auch gut. Ja, komm. Lass, wir machen. Ey, Digger. Oh, da ist noch Luft. Lass, nimm dich laufen. Lass, Anuris. Komm nicht, komm nicht, komm nicht. Hast du in dich? Ja, ja. Nur oben. Das ist geil. Ja, der hat geblinkt. Okay, komm, das Gefühl, Mann. Die kämpfen da aber. Scheiß auf die. Die legen es ab für uns. Ja. Full homo. Full homo. Lass ich nochmal in mich kommen. Warte. Bleib stehen. Ja, ja, alles gut. Komm. War vielleicht nicht die beste Idee, aber was weiß ich. Egal, vielleicht war es doch die beste Idee. Turn it burn, turn it burn. Egal, vielleicht war es die beste Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein normaler hätte jetzt Angst, gell? Jetzt geht es jetzt los. Aber du. Alter, wie geil. Digger, das war es richtig wert, Digger. Moin Alpha, willkommen. Ey, moin Alpha. Alter. Alter. So, was haben wir denn jetzt? Ja. Gemovise. Ne, das ist eigentlich nichts. So. Also, ich komme zu dir. Ohohoho. Zu mir? Ja, weil Anubis und Kronos haben wir da. Ja. Ah, Anubis ist bei mir hier. Alles. Kronos ist hier. Ist den nicht. Der ist. Ah, der ist hier. Der hat gebetet. Ich habe Link. Der hat gebetet. Der hat gebetet. Der hat gebetet. Der hat gebetet. What the fuck? Oh shit. Bruder. 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 Ja. Ich bin auf die gegangen. Ich wurde leider eingefangen von... Ja, Digger. Schade. Egal. Wir könnten... FG machen. Ja. 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 Guck mal. Alter kommt rein. Das erste was erscheint. Da kommt der nächste erstmal mit Fuß ersatz. Ja. Oh, schade. Wir wollen uns nicht, aber. Ja. Ja. Das war großartig. Ja. 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 Von strömm. Ja. Ja. Das war gerade richtig gut. Haha. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Oh, ich geh gar nicht auf, was ich jetzt schon wieder. Ah, so jetzt gut. Ja, ja. Yo, yo. Let's get up. That's attack. Yeah. Nein, Mann! Easy! Nein, ich habe ein Song Requestes nicht an! Ja, Leute, leider nicht... GG, Alter!